Das ist hier unsere Kabine. Die teile ich mir mit einem Kollegen. Tja, liest man an einem Buch ein bisschen weiß rein. Guckt ein bisschen hin und wieder mal in den Schiffen zu. Ja, mehr ist nicht zu tun. Widerreißen hier vergessen. Gibt es auch noch, sag ich. Wenn ihr links rum geht, über eine kleine Sitzecke, das war es auch schon. Man könnte nach oben gehen zum Rettungsschiff. Zum Rettungsboot. Warten. Kann sich an der Schiffe anfangen. Zurück. Die Tür vorbei. Auf die andere Seite. Kann man auch machen. Hier. Das kann man auch machen. Das ist so vielfältig hier an den Newton. Man könnte wieder die Treppe hochgehen zum Rettungsboot. Man kann auch bis ganz nach vorne am Schiff gehen. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Mal gucken. Mal gucken. Oh, was da die Brücke so macht. Das ist die Brücke. Oh, da sitzt der Kapitel. Jetzt. Und dann kann man einfach so richtig schön stramm entlang laufen. Da kann man ein bisschen Sport macht. Hier, dann hier. Da kann man bis zum Ende laufen. Trailer, guck mal. Die Rampel. Da meint einfach wieder. Oh, ja, wo will er laufen? Schnellflug. Da kommt, was auf dem Boden liegt. Wenn man nicht stolpert. Wir kommen weiter. Die Rampel ist ein bisschen länger. Weiter in den Landengang vorbei. Wo wir wenigstens da drüber gehen. Immer weiter. Wo man hier hinten ist, wo das große Tor ist, die große Klappe. Schnellflug. Schnellflug. Da drüber darf ich nicht. Da muss ich nur den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Das mache ich jetzt. Mich alle hier interessiert. Also diese Böcke, die werden drunter gestellt. Damit der Trailer gut festsitzt. Dann werden hier die Ketten angespannt. Und hier gehen die mit dem Schlagbohrer ran. Mit dem Bohrmaschiner. Und dann werden die hier so fest gezogen. Ganz fest. Deswegen sitzen die richtig gut. Die können auch stürmen. Wir hatten in der Nacht aber sehr viel Seegang gehabt. Und die sitzen ja richtig schön fest. Und hier bin ich auf der See auf Erich in Rostock an. Genial. Wir grüßen dich. Wir haben jetzt knapp 30 Stunden auf dem Schiff. Ein bisschen verspätet. Sind wir losgefahren. Und hier hat es rückwärts aus. Wie gehabt.